Ja, servus Freunde, hier sind wir wieder zurück zu Painkiller HD. Nächstes Level. Bäm, boah, es geht doch schon gleich gut los, ey. Da pflocken wir den ersten schon mal an die Wand. Halleluja, da hängt er. Lass uns erstmal umgucken, ey, hier. Ach, schon ne... Wow. Bäm. Wow, noch einer. Bäm. Ach, die kleinen Teile sind auch wieder dabei. Wow, und das explodiert hier ganz cool. Noch Fragen? Wer eiert denn da hinten rum, ey? Irgendeiner will uns da hier beschießen, hab ich so das Gefühl. Und tut's auch und schafft's auch. Wow, es geht hier ab. Bäm, bäm. Ah, da nehmen wir unsere gut bewährte Pflokkanone. Pflok. 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 Und Pflok. Tada. Tja, und da... Boah, wie kommen wir da dran? Ich würde an die Waffe. Oh, was ist das? Ah. So ein krabbelnde Leiche. Mal ein Decker, ne, genau, ein Decker halt. Sicherheit oder Deckung gehen. Sucht euch was aus. Ah, hier kleben wir die Goldmünzen an der Wand. Ach, komm schon, ey. Dann, dann, dann. Dann, dann, dann. Bäm, 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 bäm. Super, und wo geht's jetzt weiter? Voll der ihr Garten, oder wie? Ah, Brutzel. So, okay. Ne, ne, wow. Und jetzt haben wir ihn. Was haben wir denn da für ein schniekes Teil? Aber schauen wir uns erst mal das Video an. Du sollst dir kein Bildnis machen. Du sollst Gottes Namen nicht missbrauchen. Hört, hört. Was kommt da für eine Truppe? Was kommt da für eine Sabbat? Ehren, Ehre, Vater und Mutter. Verdammt. Da kommt Party-Truppe, hm? Kann schon stimmen. Scheiße, ja. Scheiße, ja. Hast recht. Schöne Scheiße. Ist auch so ein bisschen auf dem Trommerteil. Ah, okay. Ja, jo, tschau mal. Da hängen geht's weiter. Ah, dieses Flock-Teil ist irgendwie echt immer noch am coolsten. Ich kann mir auch nicht helfen. Ich weiß ja auch nicht, aber es ist irgendwie einfach nur geil. Das bringt am meisten Pfannen irgendwie, dieses Flock-Teil. Ah, gehen wir hier hoch. Ah. Ah, hier ist die Welt nur in Ordnung. Zombies stehen an Geldautomaten. Komische Hexen fahren Müll einmal durch die Gegend. Ja. Friede, Freude, Eierkuchen. Ach, das ist schön. Da möchte ich auch leben. Ne, noch eine Bumme. Okay, was geht hier? Schau, was nehmen wir denn? Ähm... Oh. Ah. Bam. 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 Okay, bam. Mal mit Deckung gehen hier. Okay. Ah, da ist Hexe. Ah, ein bisschen Moon. Okay. Freunde der Nacht. Bam, bam. Gut, aber wir probieren das nicht mehr aus. Yeah. Bam. Oh. Bam. Bam, ey. Bam's, ey. Okay. Ah. Schau mal an. Sie hier wieder. Mit dem Mülleimer. Süß. Süß, 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 süß. Süß. Süß, süß, süß. So. Das war eh für einer. Hm. Oh, ey. Bombs, ey. Okay, gegen so mehrere Gegner. Denke ich mir, ist das vielleicht doch nicht verkehrt. Oh, fuck. Bam, 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 bam. Oh, boy, das Teil geht eigentlich auch hier. Sind ja nicht allzu schnell. Nee, 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 nee. Na? Wie viele haben wir denn noch? Ja. Ja, genau. Wie viele haben wir denn noch? Ja, ja. Ich bin ja erinnert. Ich bin ja erinnert. Ich bin ja erinnert. Ich bin ja erinnert. Und ja, ja. Ich bin ja ein Erinnert. ja wird es gehen scheiße ich will sälen einsammeln naja weiter was besonderes da haben wir drüben noch mal eine kiste die nehmen wir noch mit gucken ob sie voll aufgeladen aber ich denke ich keine ahnung den bock guck mir oben gut und bleiben die nächsten wow man man oh Japan 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 da ist noch noch na wird es gehen dann und dann 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 wer war okay noch so ein paar teile und sie ist nicht gerade schon geholt da kann man nicht gut ich schätze mal da beim barben ja was schätze ich dann mal hinten noch war das liegen haben jetzt die restlichen sehen von denen hier noch wir müssen auch noch gelegen haben ja wo es sind denn noch welche wir haben wenn denn Hau ab super jetzt haben wir hier die seelen angehören können gegner mehr doch hier haben wir noch ein paar sehr schön und schon jetzt weiter hier au 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 doch ein paar viele jetzt hier okay das war blöd gut letzten kontrollpunkt laden jetzt hat mich nicht so viel blödsinn machen zu sagen was wir noch haben kann man nicht mehr lang okay dann gucken wir hinten noch ein paar teile wow wow na super alter was für flammenbeer verteilen hier was machen die mit dem blöden mülltonnen hier verpisst euch ich glaube es baggert was für eine krasse scheiße gerade ich glaube wir haben es würde ich sagen sonst geht es nicht mehr weiter können wir darüber gehen gucken was sie noch für schandtaten zu erledigen gibt so vermute mal jetzt aber hier lang gut nehmen wir gleich mal die waffe hier das nehmen wir dann könnte natürlich hier warten aber es sieht blöden 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 Das war's. Oh, 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 oh. Okay, ich glaube, wir haben es aber diesmal. Das Ganze ist mir etwas besser überstanden als eben. Ja, gut, sterben muss auch noch sein. Kann nicht alles perfekt machen. Hu, hu, hu. Hu, 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 hier nicht. Gut, steiglich wieder da vorne. Links, rechts, nein. Oder hier vielleicht. So ein Kack-Flammenbär verteilt, ey. Hallo? Müsst du bitte draufgehen, ey. Alter. Okay, dann damit halt. Ist er jetzt geflockt oder nicht da oben? Ja, hängt an der Decke rum. Okay. Wo kam er denn jetzt wieder her? Huh. Hä, wo, wo schießt er denn jetzt schon wieder rum? Das ist eine Unmengen an Gold hier wieder, ey. So, wo kommen wir weiter? Ah, der Decke ist alles chillig. Muss wahrscheinlich hier wieder raus, hör. Huh, 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 huh. Ah, da hinten. Huh, huh. Wham, bam, bam. Flock all around, ey. Spieß ihn schon auf, Mann. Also. Oh. Würdest du bitte jetzt dich aufflocken lassen, ey. Oh. Und dann, 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 dann. Dann 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 Ua! 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 Okay, die protzen wir uns auch nochmal ein bisschen hier. Ah, die Mucke ist schon geil. Wie gesagt, auch die Gefahren, dass ich mich wiederhole. Ist mal hier gelandet, ey. Ja, so! Ah! Schätzchen! Zack! Schätzchen ist angepfloggt. Okay, das war's erstmal, würde ich sagen. Okay, holen wir uns die Kiste nochmal, falls wir das können, dann können wir nicht. Gut, muss ich sagen, weiter geht's. Ua! 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 Er ist jetzt hinüber oder nicht? Wow! Ua! 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 Gut, holen wir uns das Gold nochmal hier. Hallo! Ua! Doch mal! Ua! 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 Was ist das für ne... Ah! Okay! Gut, ging's denn jetzt weiter? Ja! Ah! Ah! Sehr schön! Sehr schön! Ein Bereich entdeckt. Ah! Endlich mal wieder! Ist ja nicht so ganz trivial. Hallo! Habe ich so einen Eindruck. Habe ich so einen Eindruck. Huah! Huah! Ah! Kurzwende! Und Level geschafft! 21 Minuten 15! Sehr schön! Alle Monster gekillt! Ah! Nicht alles Gold gefunden! Naja! Gut! Immer noch nichts freigeschaltet! Schade! Okay! Das war das nächste Level von Painkiller Hell Indemnation! Vielen Dank fürs Zuschauen! Bis zum nächsten Mal! Macht's gut! Tschüss!